Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will sechs Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja? Ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Okay. Hier, Jörg. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle in Bede? Weiß jeder wollen, es geht's. Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Ions, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Sow. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Aller Mann, festhalten! Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. Oh ja. Diesen Worten. Ladies and gentlemen, begrüße ich euch ganz herzlich zu Let's Play Advanced. Oh, fuck! Ja, es ist endlich so weit. Neues CD ist am Start und natürlich muss sie das zocken und ich nehme ihn euch mit. Ich habe gerade Schummel aufgenommen. Da war die ganze Tonfusper verzerrt. Spanischmann, schwerer Feindverschuss in unserem Landevektor. Und ihr habt denkt, ja, es war ja nur eine Mission, also wieso nicht nochmal? Ich ja nicht so lange, nur 20 Minuten. Jetzt sind die Spoiler oder so. Da geht schon der erste drauf, oder was? Nein, komm schon Mitchell! Komm, die drückt doch schon F. Ja, wie auf der Knopf. Die Verarschen, die Hämmer da auf die Tasche steht drauf. Das gibt es ja gar nicht. Heiei. Landepunkt, zurückgesetzt. Scheiße! Achtung! Der ist ja auch schon okay, würde ich mal sagen. So als Hinweis. Ich bin jetzt immer von... ...tal mal so ein bisschen reingegangen. Oh, alle am Leben. Bist du noch am Leben? Ja. Und du? Ja, ich schon. Mitchell! Die Tür! Weg damit! Weg damit, Mann! Ist so eine Maschine, ey. Ist egal. Hammer geil los. Wir haben hier in die Stadt eingebrungen und nähern Sie Ihrer Position. Achten Sie auf Einsatzteams in Ihrem Gebiet. Verstanden. Haltet die Augen offen, Leute. Ja. Vorsicht! Hier geht gleich wieder was runter. Hier das... Okay. Wir müssen zum Boden runter. Also die... ...und die Sprengt ihn einsstoßen. Ja, Sir. Wir haben die Atlas-45 und die IM-Rotpunkt-Visier. Sieht schon hammer geil aus. Kontakt! Kontakt! Ich spiele übrigens auf Schwierigkeitsgrad selten. Ich bin mal gespannt, wie oft die da drauf gehen. Veteranen hätten die auch zwar spielen können, aber... Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen nur runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt mal. Kontrolliert mit kurzen Schienen... Ja, ja. Quatsch, hier zu viel. Ihr hättet zwar auf Veteranen ausspielen können, aber ich hab mir gedacht... Ja, ähm... Alles klar? Der Kommandoposten sollte da vorne sein. Ich will ja nicht zu oft aufkommen. Das ist ein Schein. So sieht er also ein. Verstörte Südkorea. Wer zum Teufel seid ihr? Ranger-Trupp, 227. Geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr werdet tot. Wie ist deren Position? Zwei Kilometer aus Westlich. Plan Quadrat 775. Okay, wir rücken ab. Alles klar. Wieso hat da eigentlich jeder so eine Maske auf außer wir? Verstanden. Haltet die Augen offen. Besonders. Kopf einziehen. Was? Feuer, kuckst du, Max. Was hat? Was hat? Ich habe vorher, als ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich auch Schwierigkeiten, so da abgespielt. Aber ich habe mir gedacht, ja, das geht schon klar. Und Schwierigkeiten gerade ist es jetzt auch nicht. Also, ich helfe mal rein, kauen. Wow, und ich bin gestorben. Da sage ich gerade, ja, so hart ist es jetzt auch nicht. Aber... Wow. Ecken ist auch nicht mehr. Ja, Mann. Raus mit der Granate. Super. Granate oder was sie wünscht. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung Mann Passen wir halt ein bisschen auf, dass wir mit sonst jemandem helfen Ihr wisst Bescheid aber jetzt ist sauber Wow da kommt ein Schram, schnappen wir uns die Tür Heilige Scheiße In Deckung, in Deckung Jemand an das Geschütz Halten die Drohnen von uns wärmen Wir brauchen Zeit bis der EMP geladen ist So mag ich doch COD Alles niedermachen Auf die Drohnen EMP bei 50% Das ist nie wieder ein Schram EMP geladen Abfeuern Und EMP Prima Soldat Hammer geil Erstmal Ali mit dem EMP weg macht Ok Die Goppellehrteile hatte ich geduced Und wir können auch wenn wir Also rückwärts gehts auch Also wenn wir Doppel ASD klicken Also nach links, nach hinten und nach rechts Mit dem Schiff gedrückt halten Gezau Boost Hier steht's auch Geumschalt und ASD Geumschalt und ASD Woh Wow, wow, wow Holy Shit Wo war er ja nur, gar in Deckung Was für ein Schreiss Oh, wie Schint Wieso kommen wir hier da alleine? yas Mana Was ist so mein Fahrrad? Ja, die hat krass. Kontakt, 12 Uhr. Der zieht sich voll auf den Kopf und er geht gleich drauf. Ich verarsche, wie viel ich in einem Headshot. So, bam. Immer schön aufzielen. Wollte ich gerade sagen. Arm Junge. Weg mit euch. Wieso bin ich eigentlich immer Ida Depp? wo vorrücken muss, oder die alle ausschreiten. Könnte es mal jemand sagen? Let's go down, du Penner! Oh, oh, oh! Let's go down, du Penner! Oh, da, 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 da! Ich stehe gar nicht. Weiter! Mitchell, da geht's. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Booster, bereit machen! Erstmal, erstmal die Scheiße schießen, gell? F, halten sie F und über die... Jetzt du, Mitchell! Ja, nur geil, dass sie zu spät F gedrückt hat, hm? Ja, diesmal hat's klappt. Die Scheiße, das sichern! Weiter gehen! Das sieht schon hammer geil aus, Grafik. Ich muss, muss ich einfach mal sagen. Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Okay. Sprengteam 1, ihr Badger 0-1. Seid ihr da? Over! Wir hören Badger 0-1. Wir nähern uns der Position des Havoc-Lafers. Seid ihr jetzt Video-Core gemacht? Verstanden. Wir empfangen. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Das finde ich eigentlich... Das finde ich eigentlich relativ geil, das so im Hut eingeblendet ist. Also links vom Hut. Und ich finde auch geil. Was? Was? Drohnen! 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 Ohoho! Das war vielleicht doch nicht so clever Idee. Hier rein zu stründen. Die Drohnen! Die Drohnen! Die Drohnen! Verarschen Drohnen! Ja will noch irgendjemanden... Hä? Hä? Oh hier ist Munition. Dann haben wir doch mal in die Runde was. Du musst den U-Bahn wagen! So. Rein da. Sie setzen Rauch ein! Warngranate werfen! Ah! Warngranate. Okay. Hammer geil. What the fuck? Warte mal. Die Schaden. Die Augen, die waren Granate oder was? Sicher! Sicher! Ja wenn du das sagst, das sicherst, dann... Dann... Glaub ich das natürlich gleich. Du bist ja Kai, du weißt alles. He! Über das Spiel jetzt. Das ist meine. Kai, generell weiß nicht alles. Der Computer ist nicht perfekt. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Mitchell, mach das Tor auf! Ja, mit Vergnügen. F? Wow! What is that? No choice! No choice! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas PMC Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden! Viel Glück! Also los! Mir nach! Puh! Alter! Irgendwie kommt mir der bekannt vor den. Well! Ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep! Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land ziehen. Nicht meinem alten. Schluss! Auf den Weg zu kommen! Was ich sagen wollte, den kennen wir doch aus dem Trailer, oder? Den Typ da wie auch immer der heil ist. Keine Ahnung. Komm! Wow! Endshot! Da kommen noch mehr! Wow! Erstmal die Suchgranate schmeißen. Aber geil, das habt ihr erwischt schon gar nichts, oder? Weg mit euch! Wow! What? Weg mit euch! Weg mit euch! Wo Kontakt um zwölf Uhr? Kontakt um zwölf Uhr! Hoch zwölf Uhr. ja mann cool eine deckung gibt da steht einer also bis jetzt muss ich sagen gefällt mir das richtig geile spiel das ist jetzt ah naa ty ja mann Woa 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 Weg damit Ja weg Wo 12 Uhr sehe niemand auf 12 Uhr Spreng Team 1 bitte komm Scheiße Wir müssen weiter Erstmal Wanker haben Ich weiß nicht Hammer geil Alter die sind echt nützlich Ich habe voll der Aim-Board Irgendwie steckt gerade fest aber Für die Multiplay halt Aber für den Singleplayer Ist das ein geiles Setting muss ich mal sagen Komm Tja animierte Fische Ok sowas gibt es also in der COD Zukunft Wieso hat der meine Waffe gespwn Hier ist der Herbock Werfer Das Spreng Team sollte in der Nähe sein Hier drüben Scheiße Sie sind tot Ok ok Ich sehe Ihre Sprengsätze Wir können das noch durchziehen Sir wir sind kein Spreng Team Sind wir nicht Aber wenn wir auf ein anderes Spreng Team warten Geht dieser Werfer in Position Ich hole die Ladungen Gib mir Deckung Bist du sicher Will? Ja ich schaff das Ok Mitchell Du gehst mit 1 Nimm diese Drohnenausrüstung Wir decken dich Legen wir los Alles klar du Na ja ich Mal von hier oben Also weg So viel wie es geht Da bin ich noch relativ gut geschützt Weil das habe ich ja beim letzten Arsch gemerkt Obwohl ich es eigentlich spielen hätte soll Da habe ich fett auf die Schnauze gekriegt Der Böden D.Böden Da bin ich mich zu Ich bin Schriege Ich bin Ich bin Böden Ich bin Ich bin Beide Ich bin Das ist Glück gehabt. Wie Zeitzünder mitnehmen? Ja, ganz ruhig, Braun. Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nah. Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Kf-5 habe ich so. Wow, wow, wow. Von wo? Von wo? Von wo? Scheiße! Mann, von wo? Ha? Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nah. Ah, von da. Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Zwei, drei. Wechsel in Ziele. Wir werden jetzt hoffen. Verändere Position. Ja. Das Sprengteam ist tot. Wir versuchen, die Mission selbst abzuschließen. Ja? Versuchen wir es, ja? Wow, wow, wow. Was ist das? WTF? Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Okay, das war vielleicht. Keine sind gute Ideen. Wow, wow, wow. Alter, das war echt gerade richtig knapp. Mitchell, hier rüber. Jetzt sagt Blum. Alter, du schlubst die Kille. Mitchell, ich brauche die Ladungen. Okay, halt sie helfen und will, die Ladung zu geben. Naja, die Ladung. Wie halt sie? Mitchell, wir machen das natürlich. Timer, los, jetzt. Wow. Scheiße, mein Arme ist gebraucht. Scheiße, wie? Los, zieh. Ach, du Scheiße. Scheiße, schädig dich um den Timer. Noch einmal, zieh. Wir heben ab. Du musst weg, los. Mitchell, wir haben keine Zeit. Nein, wir lassen nicht los, Mann. Ist okay. Ich sehe dich auf deiner Seite. Ach, du Scheiße. Eiskalt lassen wir den Timer. Eiskalt. In der ersten Mission schon. Ein von unseren Team. Wo zum Teufel hat uns das getroffen? Holy shit. Ja, ihr habt gar nie was anderes, dann. So, durchhalten. Wir bringen dich heim. Okay. Hä, was ist... Ah, unser Arm. Alter. Unser Arm fehlt. Okay. Einsatzbericht abgeschlossen. Induktion. Trupp. Batscher. Hat beim Zurücktrennen der nordkoreanischen Invasion geholfen. Die Stadt ist gerettet, jedoch zu einem hohen Preis. Wild. Irons ist tot und sie wurden schwer verletzt. Punkte. Zwei von 22. Achso, okay. Das zählt jetzt mit, gell? Als Ding. Ich hab bisher schon mitgespielt. Die Mission. Und die zwei Punkte kriegt. Okay. Das zählt offensichtlich mit. Pff. Dann zählt es halt mit. Von mir aus. Ja. Mei. Ähm. Was wollt ihr jetzt machen? F2. Verbesserungen. So. Und zwar Widerstand haben wir verbessert und, ähm. Rückstoß. Das ist schreckhaft. Okay. Das hört sich an. Jetzt hört es schlecht an. Aber ich würde sagen, wir machen nachladen. Steigert die Nachlagegeschwindigkeit um 25%. Das hört sich doch gut an. Schnell zieh. Steigert die Nachlage. Ziehgeschwindigkeit um 25%. Okay. Aber Granate wäre halt auch nicht schlecht. Ja. Komm mal. Wir haben eine Granate in den Räumen. Und. Ja. Was soll es nochmal Granate? Ich weiß nicht. Wenn es so schön ist. Haha. Ja. Und zwar. Warte. Hä? So gibt es die mir hier oft. Keine Ahnung. Und zwar haben wir schon eine Trophäe. Krieg doch einmal erweitern. Keine Ahnung. Wie hieß denn die? Die kriegst du ganz am Anfang. Irgendwas von wegen, ähm. Neu ausgerichtet oder so. Irgendwie so. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt gerade da. Okay. Keine Ahnung. Egal. Das war die erste Mission. Lans Induktion. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Bis zum. Bis zur nächsten Part. Bis zur nächsten Mission. Euer Schauti war am Start. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.